Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 272. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, das kam aber mit sehr viel Elan von dir. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir nähern uns ja schon dem Ende des Märzes und eigentlich müssen wir ja noch zwei Folgen produzieren, von denen wir jetzt eine gerade aufnehmen. Und wir können ja einfach nochmal wieder so aus Transparenz gründen, weil wir ja viele neue Hörer haben, viele die uns über die Ferngespräche kennengelernt haben. Einfach mal sagen, was so los war. Wir haben 14 Tage mit einem kränkelnden Kater verbracht. Da können wir schon mal sagen und zu sehr ins Detail zu gehen, das ist aber jetzt wieder alles geregelt. Der Kater ist gesund und wir haben das im Griff. Aber es waren mehrere Tierarztbesuche notwendig inklusive Notdienst an einem Sonntag. Wann passiert sowas? Nicht immer am Wochenende. Genau und mehrere durchwachte Nächte. Das geht natürlich auf die Leistungsfähigkeit. Und parallel dazu wäre es ja, oder ist es ja eben nicht so, dass wir nur Huxilla machen, sondern gerade ich habe ja noch einen ganz regulären Job. Und da läuft es gerade halt auch gut. Aber ich habe jetzt auch einige Buchkapitel für ein demnächst erscheinendes Buch, an dem ich mitgearbeitet habe. Die mussten korrigiert werden. Und immer wenn sozusagen der Job, mit dem das eigentliche Geld ins Hause kommt, Überstunden fordert, geht das zu Lasten von anderen Projekten, die wir so ringsherum betreuen. Und dann irgendwann ist eine Woche sehr, sehr kurz und ja, dann irgendwann fehlt die Zeit. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht noch eine zweite Folge geben soll im März. Wir planen das zumindest, auch wenn es vielleicht knapp werden könnte. Und zum Zweiten geht es jetzt auch demnächst wieder mit den Ferngesprächen. Gedanklich ist sie schon im Kopf entstanden. Da ist sie schon fertig, genau. Mit den Ferngesprächen geht es demnächst auch weiter. Und auch das erfordert eine gewisse Arbeit. Da sagen dann auch manche Leute, mein Gott, eine MP3 ins Internet hochladen, das kann ja nicht so schwer sein. Es hängt ein bisschen mehr mit dran. Da ist ja ein bisschen mehr Infrastruktur bei uns dahinter. Also insofern erklärt das vielleicht die Verzögerung. Und für all diejenigen, die mal sagen, ist doch in Ordnung, sagt das nicht immer. Es ist insofern schon auch wichtig, weil wir eine ganze Reihe von Menschen haben, die uns per Patreon unterstützen. Das wollen wir auch nochmal sagen. Und da ist es so, dass uns die Patreons pro Folge unterstützen. Und das heißt, wenn wir selber es auch nicht schaffen, zwei Folgen im Monat zu produzieren, geht das dann auch auf die Einnahmen vom Huxilla-Geschäft sozusagen. Insofern haben wir da selber uns auch eine gewisse Verpflichtung aufgelegt, zwei Folgen im Monat zu produzieren. Deswegen erwähnen wir diesen zwei Folgen im Monatsrhythmus auch immer wieder mal. Auch das verbirgt sich dahinter. Aber das soll jetzt auch gar nicht klingen wie jammern. Soll nur erklären, warum es manchmal sich so ein bisschen verschiebt. Und manchmal gibt es Phasen, wo man dann schneller die Sachen wegproduzieren kann. Und manchmal gibt es Phasen, wo es ein ganz kleines bisschen länger dauert. Parallel arbeiten wir an noch anderen Projekten im Hintergrund, über die wir noch nicht so ganz ausführlich reden können. Also es ist einfach furchtbar viel los. Aber wir freuen uns jetzt eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde. Schönes Thema, was die Hoax Mysteries diesmal rausgesucht hat. Inspiriert von Akte X. Inspiriert mal wieder von Akte X. Genau, da sind wir nämlich gerade. Da waren wir in einem Rewatch und jetzt haben wir auch schon seit zwei, drei Wochen es nicht geschafft, abends mal eine Folge zu gucken. Fällt mir auch gerade auf, ja. Auch zu viel los. Wir machen einfach weiter in der Sendung, wie gewohnt. Die heutige Story lässt sich eigentlich relativ kurz zusammenfassen, ist aber auch sehr prägnant und bleibt einem, glaube ich, in Erinnerung. Die Frage ist schlicht und ergreifend, ob es wahr ist, dass im Februar des Jahres 2021 sechs Leute in L.A. verhaftet wurden, weil sie aus dem Schriftzug Hollywood, den haben wir ja alle wirklich plastisch vor Augen, den Schriftzug Hollyboob gemacht haben. Da haben sie einfach rumgebastelt, wenn das dann so ist und einen riesen Prank, der wirklich auch für die Presse sehr, sehr auffällig war, produziert, wenn die Geschichte denn stimmt und diese Leute tatsächlich wegen dieser Tat verhaftet wurden. Ich bin sehr gespannt. Hollyboob oder nicht Hollyboob? Was du da immer so rausrufst. Ja, Gedankenfotografie heißt die heutige Folge und das englische Wort ist Photography. Und als Alexa die erste paar Male gesagt hat, lass uns eine Folge über Photography machen, da habe ich mir gesagt, was? Weil ich das einfach, mein Gehirn hat es nicht verstanden, dass es das englische Wort für Gedanke und das Wort für Fotografie miteinander verbunden hat. Und dabei ist das eigentlich ein relativ, Phänomen ist ja auch Quatsch, aber das Wort ist relativ alt und diese Idee von Gedankenfotografie ist noch viel älter. Und ich habe, als wir die, Moment, das war die vierte Folge der vierten Staffel von Akte X, Unruhe, geguckt haben, die ich übrigens, da können wir uns jetzt drüber streiten, aber ein bisschen schwach fand, so plottechnisch. Da wurde ich halt dazu inspiriert, dass wir dieses Thema mal besprechen könnten. Da war mir aber gar nicht klar, dass das tatsächlich heute noch in so esoterischen Kreisen eine Rolle spielt. Ich dachte immer, das wäre wirklich so eine alte Geschichte, die dann auch sozusagen mit dem fortschreitenden Alter von Akte X so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema ist mir dann doch aufgefallen, wie aktuell das ist. Es gibt zum Beispiel ein Yoga-Wiki, in dem über Gedankenfotografie ein Eintrag geschrieben wurde. Und da steht als Definition, Achtung, das ist jetzt Schwurbelkram, also alles in Anführungsstrichen. Gedankenfotografie ist eine Bezeichnung aus der Parapsychologie und aus dem Spiritismus. Gedankenfotografie wird auch als spiritistische Fotografie bezeichnet. Es ist das Fotografieren von übersinnlichen und paranormalen Phänomenen. Gedankenfotografie wird auch bezeichnet als die Fähigkeit von Medien, also spiritistischen Medien, ihre Vorstellungen auf einen Film zu übertragen. Das heißt, es geht bei der Gedankenfotografie darum, dass sich jemand, der dafür begabt ist, also für parapsychologische Phänomene begabt ist, so konzentrieren kann, dass Bilder, die diese Person denkt, sich auf einem Kamerafilm, auf einem Fotofilm niederschlagen und dann entsprechende Fotos produzieren. Das ist das, worüber wir heute reden. Und, ich habe ja nochmal ein bisschen weiter recherchiert, es geht sogar so weit, dass es eine wissenschaftliche, gucken wir mal, also eine Publikation zum Thema gibt, ein Manuskript, das den Titel trägt, Modern Photography Mind Interaction at a Distance with Digital Camera Sensors, a Pilot Study. Wo man sich jetzt also dann dem Thema auch, was Digitalkameras angeht, nähert, erschienen laut hier dem Datum auf dem Paper selber am 07.05.2020, also aus dem Mai des letzten Jahres, etwas, was hier erschienen ist. Und darüber können wir auch nochmal gerne sprechen, was da so los ist, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten. Ja, also wir befinden uns im Bereich der bewussten Manipulation von Materie, also das geht auch wieder auf dieses esoterische Konzept oder dieses parapsychologische Konzept von Mind over Matter, also der Verstand siegt über die Materie zurück. Das heißt also, im Prinzip sprechen wir über Phänomene, die im Bereich Telekinese oder Psychokinese sich bewegen. Und zudem bewegen wir uns in einer Zeit, als das Ganze wirklich aufkommt mit dieser Gedankenfotografie, in der wir zum einen ja noch fast so eine Frühzeit der Fotografie haben, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Experimente eben mit diesem neuen Medium, mit dieser neuen Form von Aufzeichnung der Realität. Und in einer Zeit, wo die Gesellschaft und auch viele Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein sehr starkes Interesse an solchen parapsychologischen Phänomenen und am Spiritismus haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle noch erinnert an die Folge über die Fox-Schwestern, die wir mal gemacht haben und in der wir ja auch schon beschrieben haben, dass so in der Mitte des 19. Jahrhunderts und dann noch stärker Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, das so von den USA so eine richtige Spiritismuswelle auch nach Europa schwappt und überall Gesellschaften gegründet werden, die auch das Geisterphänomen und das Kommunizieren mit Toten und so weiter erforschen wollen. Und in dieser ganzen Frühzeit gibt es immer wieder Menschen, die sagen, wir experimentieren mit solchen Medien, also meistens Frauen, ab und zu auch Männer, die behaupten, sie könnten eben mit der Geisterwelt kommunizieren und dann auch wirklich physische Phänomene produzieren. Und ein solches Medium zum Beispiel ist Eva Carrière. Und es geht bei ihr auch darum, dass sie einen bestimmten Stoff materialisiert bei diesen ganzen Phänomenen. Nämlich, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Ektoplasma. Kennen wir ja aus Ghostbusters zum Beispiel und auch aus anderen popkulturellen Geschichten. Und das ist wirklich so ein Stoff, der diese übersinnlichen Phänomene plastisch machen soll. Das Interessante dabei ist, wir werden euch ja auch wieder einiges an Artikeln unter der Folge auf unserer Homepage. Für all diejenigen, die uns irgendwo bei Spotify, bei YouTube oder sonst wo hören. Man findet immer, wenn wir sagen, wir haben Dinge verlinkt, das auf unserer Homepage hoaxilla.com. Da könnt ihr diese Beiträge finden. Den Einstiegsartikel, tatsächlich den englischen Wikipedia-Artikel zu Stotography. Und da werden so einige dieser Personen genannt. Eva Carrière unter anderem eine davon. Und wenn man aber weiter reingeht in das Thema, sind es immer so drei, vier Persönlichkeiten, die auch wirklich federführend genannt werden. Wir haben im Grunde genommen so eine Historie, Eva Carrière ja noch ein bisschen besonders, weil sie ja eben viel mit Ektoplasma gemacht hat. Ein bisschen eher war ja noch Tomokichi Fukarei. Das ist ein Forscher, ein Psychologe an der Universität von Tokio, der genau wie du es beschrieben hast, so um die Jahrhundertwende 19. zum 20. Jahrhundert fasziniert war von Parapsychologie. Und der hat dann, ja, entdeckt kann man quasi sagen, ein Medium, nämlich Shizuku Mifune. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und eine der Fähigkeiten von Frau Mifune war es tatsächlich, Bilder auf Fotoplatten auch produzieren zu können mit ihren Gedanken. Und sie war eine Frau, also ich zum Beispiel, das war wieder ein ganz interessanter Punkt, weil ich mich mit dem Spiritismus in Japan zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich noch nicht beschäftigt habe. Aber es ist auch da eine Modewelle zu verzeichnen, in der ein besonderes Interesse besteht an solchen Phänomenen. Und leider hat Shizuku Mifune ein sehr, sehr trauriges Schicksal ereilt. Also sie war dann tatsächlich Medium und hat mit Fukarei zusammengearbeitet. Und die beiden haben eben solche Gedankenfotografien ja produziert. Es ist aber auch relativ schnell Kritik laut geworden, wirklich auch zeitgenössische Kritik, auch von Fachkollegen von Fukarei, die gesagt haben, na, da ist aber irgendwas unregelmäßig und sie wendet sich immer ab und wurstelt da rum und man sieht nicht so genau, was sie da macht. Da gibt es Unregelmäßigkeiten und das Ganze ist also wie so eine Luftblase dann irgendwie geplatzt, relativ schnell. Und man erzählt sich dann, sie sei über diese ganze Kritik so bestürzt gewesen, dass das auch eben zu ihrem Tod geführt hat. Sie hat sich tatsächlich vergiftet und war auf jeden Fall eine tragische Gestalt. Wie weit jetzt natürlich ihr Suizid mit der Kritik und diesem Phänomen und so weiter zu tun hat, ist die Frage. Aber ein auf jeden Fall sehr, sehr trauriges Schicksal, wenn man mit 24 eben sich selber das Leben nimmt. Interessant hier auch der Umgang auch eines Psychologen einer Universität. Denn es gab dann öffentliche Tests vor Publikum, wo sie dann ihre Fertigkeiten präsentieren sollte. Sowas würde man heute ja gar nicht mehr andenken. Also ethisch mal ganz abgesehen von ethischen Bedenken, die man bei solchen Experimenten hätte natürlich. Sondern weil man ja gar keine kontrollierte Umgebung für solche Experimente hätte. Also insofern merkt man hier schon, dass da auch nicht nur, weil man diesen Themen sehr offenbar, sondern auch insgesamt eine ganz andere Zeit vorgeherrscht hat. Interessante Fußnote hier für all diejenigen, die Horrorfilme mögen. Shizuko Mifune gilt heute so als ein Stück weit als die Vorlage zur Figur Shizuko Yamamura. Also die Mutter von Ringu in den Filmen. Auf den Filmen müssen wir sowieso, oder die Filme müssen wir sowieso nachher nochmal zu sprechen kommen. Gut, dann denkt mit dran. Ich glaube, dass ich das vergessen. Genau, aber hier sehen wir dann also, dass diese Person Mifune durchaus einen Einfluss gehabt hat. Und auch auf die Popkultur später dann. Ja, wir haben, ich wollte sie nur ranstellen, weil sie in der Zeit nicht eine Reihung sozusagen noch vor Eva Carrière aktiv war. Und Eva Carrière, Ektoplasma, du hast schon Ghostbusters angesprochen. Das muss man sich jetzt aber doch nochmal ganz anders vorstellen. Also wenn wir nochmal in die Zeit dieser spiritistischen Sitzungen hineingehen, die wir hier erlebt haben, so auch wieder um den Jahrhundertwechsel, aber eher dann schon auch im 20. Jahrhundert bei irgendwelchen spiritistischen Sitzungen. Und sich heute übrig gebliebene Aufnahmen anschaut von den Dingen, die da passiert ist, dann denkt man sich, das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. Also ich empfehle hier an der Stelle tatsächlich auch mal wieder den Wikipedia-Artikel von Eva Carrière, insbesondere den Englischsprachigen. Und wenn man dann so guckt, was als Ektoplasma-Präsentationen verkauft worden ist, da sind so ein paar Fotos verlinkt, dann sieht man einfach, dass es sich im Grunde genommen, und das ist dann ja auch das, was Eva Carrière große Probleme bereitet hat, Zeitungsfotos waren, um die man dann noch ein bisschen Stoff drum getüttelt hat. Oder da war sie sehr gut drin, wenn eine Person keinen Bart hatte auf dem Foto, dann hat sie da einen Bart dran gebastelt oder andere Geschichten gemacht. Ich muss gerade an Trump und Charby-Geld denken, aber das ist dann wieder was anderes. Und also es ist einfach unfassbar schlecht aus unserer heutigen Zeit, aber damals war die Fotografie eine neue Technologie und man ist davon ausgegangen, dass Fotografie in vielen Bereichen auch fälschungssicher ist. Das heißt, wenn man auf so einen Auslöser drückt, dann wird die Realität abgebildet und man ist da gar nicht mit dem Gedanken drangegangen, jemand möchte da was manipulieren. In dem Zusammenhang sei nochmal ganz kurz verwiesen auf die Cottingley-Ferries und Arthur Conan Doyle, denn wenn man sich diese Fotos von diesen Feen anschaut, die wirken sehr naiv. Also man sieht relativ genau, was da Sache ist und dass das Papier ausgeschnittene Feen sind, die da irgendwo platziert wurden. Aber es gibt halt Menschen, die daran geglaubt haben, aber auch gleichzeitig natürlich schon damals sehr viele Kritiker. Und Conan Doyle, gut, dass du ihn ansprichst, also im Gegensatz zu seiner Romanfigur, dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes, war Sir Arthur Conan Doyle ja durchaus diesen Themen sehr, sehr zugetan. Er hat geglaubt an übersinnliche Dinge und er hat auch Eva Carrière besucht und sich ihre Fertigkeiten angeschaut und auch die für echt erachtet. Also in Folge 145 haben wir uns mal Sir Arthur Conan Doyle gewidmet, wer da mal reinhören möchte, das ist relativ erstaunlich, wie jemand, der den größten rationalen Detektiv der Menschheitsgeschichte, vielleicht könnte man ihn so bezeichnen, geschrieben hat und erfunden hat, selber eben an übernatürliche Dinge auch sehr unkritisch geglaubt hat. Und interessant hier wiederum, dass Eva Carrière auch von Harry Houdini dann hinterher besucht und untersucht worden ist und er hat relativ schnell gesagt, das ist alles Unsinn, das ist Betrug. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass so bestimmte Erscheinungen, die dann Eva Carrière herbeigeholt hat, einen brahmanischen Hindu-Priester, der dann erschienen ist, dass das zum Teil wirklich ein Pappaufsteller gewesen ist, der reingekommen ist. Und man hat später auch jemanden gefunden, der Wurzeln hatte im arabischen Raum, der da zufällig auf so einem Anwesen gearbeitet hat und der hat sich dann verkleidet und ist dann bei diesen dunklen spiritistischen Sitzungen dann durch die Räume gelaufen. Und plötzlich war er dann diese Repräsentierung. Aber auch hier müssen wir nochmal die Zeit wieder beachten. Eva Carrière ist dann, so wird sie beschrieben, sehr explosiv gewesen, ist nackt bei den Seancen gewesen. Sie hatte dann eine Liebesbeziehung mit einer älteren Frau, die dann auch bei diesen Seancen sie und ihre Körperöffnungen daraufhin untersucht hat, dass sie da kein Ektoplasma versteckt hat. Und von einigen Beobachtern wurden dann diese Sessions irgendwie auch als nahezu pornografisch bezeichnet. Und das hat natürlich in einer Zeit, in der sowas alles nicht üblich war, auch Menschen glaube ich sehr, sehr emotional bewegt, habe ich den Eindruck. Und man kann auch sagen, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass diese Beschäftigung mit dem Spiritismus, diese Seancen, dieses Expressive, auch die Nacktheit, ein Ausbruch aus dem bürgerlichen Leben und aus den Zwängen der Zivilisation verstanden wurden. Also es war durchaus, wir haben ja auch das, ich erwähne es immer so gerne, auch die Zeit der Lebensreformbewegung, da eine Gegenbewegung zur strengen, strikten, hierarchischen, bürgerlichen Gesellschaft und ein großer Freiheitsdrang und ein Drang zum Expressiven und der spiegelt sich eben auch in diesen Dingen wieder. Ektoplasma ansonsten von den Fotos, also eben, wir haben schon gesagt, Pappaufsteller, Schauspieler waren engagiert. Es gab dann Stoffgase, die man zum Teil verschluckt hat und sich dann aus dem Hals gezogen hat, zum Teil auch wirklich Papier, was runtergeschluckt wurde, was dann wieder sozusagen hochgewirkt wurde. Da gab es also die diversesten Spielarten und vielleicht können wir uns insgesamt nochmal dem Thema Ektoplasma und dieser Zeit nochmal widmen, was da so alles los war. Weil wir eigentlich auch noch über Albert Freiherr von Schrenk-Notzing sprechen müssten, der sehr viel mit Eva Carrière auch gearbeitet hat und der auch von seinen Kollegen verlacht, belächelt wurde und doch als sehr, sehr leichtgläubiger und diesen Phänomen sehr, sehr zugeneigter Mensch beschrieben wurde. Ein Arzt und Psychiater, der sich sonst auch fachlich verdient gemacht hat durchaus, aber da sehr, sehr, ja ein bisschen zu aufgeschlossen war. Vielleicht aber auch emotional mitgenommen, also in so eine Welt hineingenommen, die ja, du hast es sehr schön beschrieben, für die damalige Zeit ganz, ganz ungewöhnlich war. Ich sag jetzt mal Sex, Geister, Abenteuer, also etwas, was der damaligen Zeit und den Beschränkungen komplett widersprach und wir dürfen uns ja keine Illusionen machen, dass Menschen zu allen Zeiten solchen Dingen zugetan waren. Wir alle haben so diese Ideen der schwedrömischen Orgien, also gelebte Sexualität abweichend, wobei im alten Rom fällt mir so gerade ein, war das alles sogar noch ein bisschen öffner, offener mit den Badehäusern und so. Egal, wurscht. Also das, was uns Menschen bewegt, bewegt uns Menschen in einer Zeit, in der es dann zumindest formal von der Gesellschaft unterdrückt wird und zurückgedrängt wird, suchte sich dann trotzdem Kanäle. Und man kann sicherlich festhalten, dass Eva Carrière eine Showfigur war, die offensichtlich Talent hatte, Menschen in ihren Bann zu ziehen und in diesem Kontext natürlich hier Photography etwas anders geprägt, weil in den Fotografien von Eva Carrière dann sozusagen angeblich diese ektoplasmischen Erscheinungen aufgetreten sind, die man dann in der Fotografie dokumentieren konnte. Das ist noch ein bisschen etwas anderes, geht aber auch in die Richtung der Gedankenfotografie und deshalb wird sie hier in dem Kontext immer wieder auch genannt, wenn so um das Thema geht. Ich würde gerne noch in dem Zusammenhang einen Aufsatz empfehlen, der darauf eingeht, wie diese Gedankenfotografie und die spiritistische Fotografie erstmal geschichtlich zu sehen ist, wie die sich entwickelt hat und dann aber auch welchen Einfluss auf die jeweils zeitgenössische Kunst das Ganze gehabt hat. Denn auch da hat so ein Austausch stattgefunden, es hat Maler gegeben, die bei diesen Sitzungen anwesend waren, die sich davon haben inspirieren lassen und dann tatsächlich auch Kunstwerke gemalt haben. Es gab einen Gabriel, ich weiß nicht, von oder Gabriel Max, der sich gerade von diesen Geschichten um Eva Carrière zu einem Porträt hat inspirieren lassen, was sozusagen eine Vision zeigt. Das heißt also auch dieser Austausch mit der zeitgenössischen Kunst ist wichtig und der Aufsatz ist von Christine Walter und heißt, Das Abstrakte ist kein Beweis, Gedankenfotografie im Spiegel der zeitgenössischen Kunst. Können wir auch verlinken unter der Folge. Ist etwas längere Lektüre, aber lohnt sich total. Wir könnten jetzt auch nochmal sagen, dass auch Uri Geller sich in diesem Bereich umgetan hat, da wollen wir aber gar nicht so ganz ausführlich drauf eingehen können. Hier vielleicht auf das World Mike Special Nummer 42 verweisen, wo wir uns mit Mentalisten, Magiern und anderen Menschen, will nicht sagen Scharlatane, beschäftigt haben. Und da kann man sich dann schon ein Bild machen, auch über Uri Geller, aber auch der hat tatsächlich mit dieser Photography gearbeitet, aber ich denke ein ganz zentraler Mensch, den man hier erwähnen muss. Und dann sind wir auch eine ganze Zeit weiter nach vorne gerückt, nämlich so Ende der 60er Jahre befinden wir uns jetzt des letzten Jahrhunderts, ist Ted Serios. Oder auch Theodor, Ted, Judd, Serios. Oder sagt man Serios, ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht sicher. Ich hätte jetzt spontan gesagt Serios, aber man weiß es nicht. Ihr werdet sehen, wie der Name geschrieben wird, wenn wir ihn verlinken. Also wir waren ja vorhin schon, du hast gesagt, Showtalent. Ich würde es noch um den Begriff schillernde Gestalt ergänzen. Und da sind wir dann wirklich auch schon bei Ted Serios, der, also das muss jemand gewesen sein, wenn du den einmal irgendwo siehst oder triffst gar, den vergisst du so schnell nicht. Ein schräger Typ durch und durch. 2006 gestorben. Wer ihn jetzt trifft, hat eine ganz andere Geschichte. Ist auch ein Medium. Also wer ihn getroffen hat, hat es sicherlich nicht vergessen. Und ja, eine schillernde Gestalt, der mal angefangen hat, seine Karriere als Hotelmitarbeiter, so Mädchen für alles, Bellhop im Englischen. Ich muss da auch eine schöne Komödie mit Jerry Lewis denken, wenn ich Bellhop höre. Also er hat in einem Hotel angefangen und ist dann irgendwann aufgestiegen zu jemandem, der heute noch im Gespräch ist als Gedankenfotograf, also als jemand, der wirklich sich per Konzentration und einem kleinen Hilfsmittel, das wir gleich beschreiben werden, sozusagen seine Gedanken auf Fotofilmen bannen konnte. Und nicht zuletzt hat er das geschafft durch einen Menschen namens Jewel Eisenbad, einen Psychiater, der ihn begleitet hat und der dann auch ein Buch darüber geschrieben hat, dass das echt ist. Also dass er kein Betrüger ist, sondern tatsächlich diese Photography machen kann. Und da merken wir schon, wir haben heute schon immer wieder den Punkt gehabt, in der heutigen Zeit, in den letzten anderthalb Jahren, würde ich jetzt fast sagen, ja, letztes Jahr, also Corona-Pandemie ist gemeint, dass wir gesagt haben, warum haben denn plötzlich Akademiker, warum biegen die Links ab, warum glauben die an Unsinn, warum erzählen sie Sachen, die nicht faktenbasiert oder wissenschaftlich evidenzbasiert sind. Und das hat es zu jeder Zeit gegeben und auch hier ein Psychiater aus Denver, also besagter Herr Eisenbad, hat dann plötzlich festgestellt, guck mal hier, der Ted Sirius hat zwar verschiedene psychische Auffälligkeiten, so möchte ich das mal formulieren, aber das mit der Gedankenfotografie, das kann er ja offensichtlich wirklich. Wir müssen hier kurz darauf eingehen, dass er von Eisenbad, Sirius als antisoziale Persönlichkeit identifiziert oder diagnostiziert worden ist. Er ist als Alkoholiker beschrieben worden und ihm werden auch psychopathische Unterzüge laut Eisenbad zugeschrieben. Das heißt, wir haben hier schon jemanden, der von seiner Persönlichkeit sehr, sehr auffällig ist, der durch Impulsdurchbrüche aufgefallen ist, der durchaus auch mal mit dem Kopf auf den Boden geschlagen hat, der geschrien hat, der häufig betrunken war, zum Teil auch betrunken, wenn er seine Gedankenfotografie durchgeführt hat. Aber interessanterweise ist er sehr bekannt geworden und wir können ja mal über das sogenannte Gizmo sprechen, das er benötigt hat, um eben Gedankenfotografie durchzuführen. Ja, also wenn ich höre, Gedankenfotografie, jemand konzentriert sich und schickt dann sozusagen die Bilder, die er sich vorstellt, an eine Fotokamera, dann stelle ich mir vor, dass da jemand irgendwo auf dem Sessel sitzt und in einiger Entfernung steht einfach eine Kamera und dann konzentriert sich die Person und es läuft oder eben auch nicht. Bei Ted Serious war das Ganze so ein bisschen anders, weil er eben dieses Gizmo-Ding sie benutzt hat, um sich, wie er sagt, besser konzentrieren zu können. Und es ging hier jetzt um Polaroid-Kameras. Man kann übrigens bei Photography, würde ich ja auch sagen, naja, im Grunde genommen könnte der Film ja auch, gerade noch so Plattenfilme aus der älteren Zeit mit den großen Kameras, einfach, warum brauche ich überhaupt eine Fotokamera? Ja, also wenn ich was auf diese Platte projizieren kann mit Gedankenkraft, brauche ich ja gar nicht das Gerät. Bei Serious war es tatsächlich so, dass es hier sogar um eine Polaroid-Kamera ging, also die dann ja auch sofort die Bilder produziert hat. Das ging natürlich schön schnell, für den Show-Effekt super, weil man es nicht entwickeln musste. Und ja, sein Röhrchen. Das Röhrchen, genau. Sein Gizmo. Ein schwarzes Papierröhrchen, was er sich also so vor den Kopf gehalten hat und dann auch sozusagen auf die Kamera. Und das war, also er hat es sich vielleicht hergehalten oder hergeleitet wie so eine Verbindung, durch die dann die konzentrierten Gedankenströme fließen sollten. Tatsächlich ist es aber halt einfach ein Papierröhrchen, in das bei Bedarf noch ein anderes optisches Gerät eingeschleust werden konnte. Also wir haben einen Papierzylinder, der sozusagen als Verbindungsstück fungiert, der auf der Kamera platziert war und dann gab es unter Umständen noch ein kleines Röhrchen, was er nämlich da hat verschwinden lassen in diesem Gizmo. Und das hatte halt an einem Ende eine Linse und man konnte dann so kleine Schnipselchen da auch noch platzieren in diesem Röhrchen, im Röhrchen. Von Dias zum Beispiel. Ja, komischerweise wurden die dann halt irgendwie auf dem Foto gefunden. Also er hat nicht immer erkennbare Fotos produziert, manchmal war es auch eher schwarz oder manchmal hat man halt irgendwas Verschwommenes gesehen mit einem schwarzen Rand. Manchmal hat man dann doch ein identifizierbares Bild gefunden und ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und Gizmo war halt das Mittel der Wahl und das hat natürlich auch relativ schnell nicht Eisenbart, der hat weiter dran geglaubt, aber Kritiker auf den Plan gerufen. Unter anderem auch einen sehr berühmten, den wir alle sicherlich kennen, nämlich James Randi. Genau. Eine Methode hast du gerade schon beschrieben. Es gibt da noch weitere Menschen, die natürlich sich Sirius angeschaut haben, die dann zum Beispiel festgestellt haben, dass er auch Murmeln mit Bildern in diesem Gizmo hat verschwinden lassen, die dann belichtet wurden. Und natürlich kann man sagen, wenn Bilder schwarz rauskamen, dann hat das mal gerade eben nicht geklappt. Das ist übrigens etwas, das in diesem Aufsatz, den ich erwähnt habe, auch sehr schön beschrieben wird. Auch schon in der Frühzeit der spiritistischen und Gedankenfotografie wusste man sehr genau in dem Augenblick, wo Kritiker und Zweifler mit im Raum sind, funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Genau, da werden natürlich die Energien gestört. Das ist völlig klar. Deswegen werden wir beide ja niemals übernatürliche Dinge erleben. Gut, am Ende ist er dann aufgeflogen, kann man mal sagen. Es haben dann mehrere Leute präsentiert, wie er das macht und im Grunde genommen ist er dann in der Vergessenheit versunken, so möchte ich das mal formulieren. Tatsächlich wird aber gesagt, dass die Geschichte rund um Ted Sirius tatsächlich dann auch die direkte Inspiration für die Folge Unruhe von ARC-DX gewesen sein soll. Chris Carter, der Hauptproduzent von ARC-DX soll sogar tatsächlich einen Vertrag unterschrieben haben, um Eisenbats Buch, was der geschrieben hat, über Ted Sirius verwenden zu dürfen. Und die Anlehnung ist aber dann doch relativ frei am Ende in der ARC-DX-Folge. Wir gucken mal, ob wir die euch über irgendeinen Streaming-Dienst vielleicht verlinken können, dass ihr da mal reinschauen könnt. Witzig ist die Folge insbesondere, weil sie auch im Englischen Unruhe heißt und weil wir in dieser Folge dann Scully Deutsch sprechen hören, weil Scully an der Highschool mal Deutsch hatte, so heißt es in der Serie. Und dann hören wir Gillian Anderson im amerikanischen Original ein bisschen Deutsch sprechen und hören auch einige amerikanische Schauspieler, die das Wort Unruhe versuchen zu sagen. Das ist ganz witzig. So, jetzt sind wir also an einem Punkt, wo wir sagen, wie häufig außer Spesen nichts gewesen. Was ich an dem Thema so spannend fand, als du das vorgeschlagen hast, Alexa, ist natürlich der Gedanke, und da habe ich in den letzten Tagen auch häufiger nochmal drüber nachgedacht, dass eine neue Technologie, also nicht bei Hans Sirius, da war es dann vielleicht die Polaroid-Kamera, die neu war mit der Sofortbildkamera, aber insbesondere so in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts, als dann die Fotografie so langsam massentauglich war. Neu war sie da auch nicht, aber so langsam konnte das ja jeder nutzen, Fantasien beflügelt hat, was mit dieser Technologie möglich ist. Und diese Idee, dass man mit Gedankenkraft Dinge bewirkt, sich dann auch sofort auf diese neue Technologie übertragen hat. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Und wir erleben ja heute auch bei Dingen Quantenphysik, wenn wir jetzt den Holm Gero Hüngler hier zu Gast halten, würde er sagen, das ist nichts Neues. Aber auch hier, Quantenphysik ist noch ein Gebiet, an dem aktiv geforscht wird, wo man weitere Erkenntnisse gewinnt. Und auch da beginnt man ja dann der Quantenphysik, ich würde jetzt nicht sagen magische, aber besondere Dinge zuzuschreiben, weil so ganz genau kann man es ja nicht erklären. Alles, was sonst nirgendwo reinpasst. Passt wäre jetzt Quantenphysik genau und so war es vielleicht mit der Gedankenkraft zu der damaligen Zeit. Und das ist sehr, sehr verführerisch. Und auch heute noch verführerisch, wie man merkt, weil der Gedanke ja auch ganz charmant ist, dass man mit Gedanken Materie beeinflussen kann und eben Gedanken dann auch auf einem technischen Hilfsmittel sichtbar machen kann, auf eine übersündliche Art und Weise. Also ich kann schon nachvollziehen, warum Menschen das faszinierend finden, aber das heißt leider noch lange nicht, dass diese Phänomene wissenschaftlich belegbar sind. Definitiv ist das nicht so. Wir werden euch eine ganze Menge Links auch schicken. Es gibt sogar auch eine Sammlung von Fotos von Ted Sirius, die man sich angucken kann, wenn man das möchte. Das werden wir euch alles verlinken, da könnt ihr euch das mal auch die Qualität dieser Gedankenfotografien anschauen. Was ich sehr, sehr interessant fand, war dann jetzt aber tatsächlich, das habe ich ja schon geteasert, es sei denn, du willst kurz über den Ring noch sprechen. Ja, das mach du ruhig erst. Diese Studie, ich mache gerade eher Anführungsstrichen in der Luft. Hier gibt es nämlich eine sehr interessante Idee, hier hat man gesagt, wir machen mit Menschen, die in der Lage sind, das zu beeinflussen, ein Experiment über die Distanz. Wir benutzen Digitalkameras, das fand ich ganz, ganz spannend, weil das ja nochmal anders ist. Übrigens haben wir gar nicht erwähnt, wenn ich jetzt hier Digitalkamera sage, fällt mir gerade noch ein, dass es natürlich auch immer wieder die Phänomene gab, die man auf Temperaturveränderungen zurückführen kann, die man auf chemische Veränderungen der Filme, wenn sie nicht benutzt werden, zurückführen kann. Also irgendwann ein Film altert und ein Film wird auch irgendwann schlecht und dann beginnt sich auch das Material, die Emulsionen, die auf dem Filmschicht aufgebracht ist, zu verändern, wenn man das dann entwickelt, sieben und plötzlich auch Farben. Auch bei Polaroid übrigens, da gibt es ganz spannende Phänomene. Also das sieht dann teilweise sehr, sehr abgefahren aus, wenn man mit zu alten Filmen fotografiert. Genau, gibt Leute, die machen das absichtlich. Also New Old Stock, also original verpackte alte Polaroid-Filme kaufen und dann gucken, wie sich die Farben verändern, weil sich die Chemikalien in dem Film verändert haben. Das ist eine ganz neue Hobby-Schiene, die sich entwickelt hat oder Kunstform, so kann man es auch formulieren. Und all diese Punkte werden auch in der Folge Unruhe einmal von Scully an einer Stelle, weil sie sagt, ach guck mal hier die Filme, wo komische Fotos waren. Wo wurden die denn gelagert? Genau, hier ist ja ein Heizkörper direkt darüber. Also fällt mir gerade noch ein. Aber das haben wir jetzt alles bei Digitalkameras erstmal nicht, da ist es ja ein Sensor. Und interessant ist, dass hier sogar, also das wurde jetzt also wirklich experimentell sehr schön beschrieben, die Kameras wurden in einen dunklen Kasten gelegt, da wurde noch ein Tuch drüber gelegt, sodass da wirklich kein Licht dran kam. Und man hat die Menschen, die gesagt haben, dass sie mit Gedankenkraft diese Kameras beeinflussen können, per Skype zugeschaltet. Also wirklich, also Distanz mal so richtig ernst genommen und insgesamt sind 49 Versuchsdurchgänge gemacht worden. Ich werde das verlinken, das könnt ihr euch durchlesen, also wirklich ein elaboriertes Versuchsdesign, was hier durchgeführt wurde. Und in sechs von diesen 49 Versuchsdurchgängen, also in 12,2 Prozent, das sollte ich noch kurz beschreiben, es ging darum, einfache geometrische Formen zu projizieren. Also zum Beispiel ein Kreis, ein Quadrat und solche Dinge. Und in 12,2 Prozent haben dann digitale Analyse-Tools mit Algorithmen tatsächlich Beeinstimmungen hinbekommen. Also da ist auch so ein Beispiel verlinkt, wie man dann also plötzlich sieht, dass auf dem Sensor ja ein fast perfekter Kreis abgebildet ist. Und das ist dann tatsächlich in sechs Fällen gekommen, dass also eine statistisch übersignifikante Veränderung aufgetreten ist. Jetzt ist diese Studie bisher noch im Preprint, die ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe das zumindest noch nicht gefunden, dass sie in irgendeinem Journal, in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht ist. Und was wir hier erleben, sind mehrere Dinge. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist eine digitale Fotografie und dann wird das durch mehrere Algorithmen gegangen. Die Auflösung am Ende ist nur wenige Pixel groß, die man am Ende genommen hat. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Aber nichtsdestoweniger sechs von 49 Fällen zeigen da Ähnlichkeiten. Das ist erstmal erstaunlich und gar nicht so wenig. Und was hier allerdings fehlt, ist die Tatsache, was passieren würde, wenn man genauso viele Durchgänge laufen lassen würde, ohne dass irgendwer sagt, dass er irgendwas macht. Und wie viele davon sind zufällige Ereignisse auf dem Sensor? Hier fehlt tatsächlich die Kontrollgruppe, die man hätte. Und hier muss man natürlich ganz klar sagen, jedes Experiment muss immer abgleichen vom Zufall. Und das wird hier nicht gemacht. Und deswegen hat diese Studie überhaupt keinen Wert. Denn es könnte jetzt sogar sein, wenn keiner was macht und Skype nicht läuft und das WLAN auch nicht läuft und was weiß ich nicht alles, dass vielleicht sogar 14 Fälle auftreten würden. Sehr cool. Und wenn man natürlich so ein Ergebnis hat, was dann jetzt folgen müsste, wäre das Replizieren von solchen Ergebnissen. Also Daten zur Verfügung stellen und dann müssten andere Forscher sozusagen diese Ergebnisse versuchen zu replizieren oder eben diese Experimente nochmal machen. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ich im ersten Moment, also ich hätte mehr so aus Spaß in den wissenschaftlichen Datenbanken mal so rumgesucht, ob es da was zu gibt. Und habe das dann gefunden, habe gedacht, boah, ist ja interessant. Und habe dann das Abstract gelesen, das ist immer so die Kurzzusammenfassung, und habe gesagt, wie kann das denn sein? Und dann wird halt relativ schnell deutlich, dass man keine Vergleichsgröße hat. Und das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, aber eine interessante kleine Studie. Und da sieht man aber auch wieder, wie Menschen, die jetzt sozusagen unkritischer an dieses Thema herangehen, natürlich sofort sagen, hier gibt es doch eine wissenschaftliche Studie, die haben das doch bewiesen, dass das funktioniert. Und da ist es eben ganz wichtig zu sagen, nein, sie haben das eben nicht bewiesen, sondern sie haben sechs Fälle gehabt, wo es eine ungewöhnliche Ähnlichkeit gibt. Die Frage wäre jetzt eben dementsprechend, wie wäre es denn, wenn der ganze Versuchsaufbau einfach so wäre? Also tatsächlich ist hier, die Kameras haben automatisch ausgelöst, haben alleine geklickt. Dann hat man so einige Versuche gar nicht genommen. Die ersten zehn Aufnahmen, Auslöser war die prämentale Beeinflussungsstufe. Dann gab es drei, da wurde dann tatsächlich das Bild genommen. Dann gab es nochmal mehrere Stufen. Also es war relativ interessant konstruiert, könnt ihr euch angucken, 36 Mal wurde ausgelöst von dieser Kamera, automatisiert. Und im Grunde von diesen 36 Auslösungen sind aber nur drei, nämlich die Auslösungen 11, 12, 13 benutzt worden. Hier würde ich ja sofort sagen, man müsste mal schauen, was ist mit den anderen passiert. Also ganz viele Dinge, die in diesem Versuchsdesign komisch sind. Also klingt am Anfang toll, bei näherem Hinsehen dann nicht mehr ganz so. Exakt. Hm, aber also es ist ja nicht so, dass ich nicht cool finde, wenn man sowas mal experimentell sich vorknöpft. Das Problem ist aber halt nur, dass du dann auch methodisch sauber arbeiten musst. Das heißt also genau die Probleme, die du angesprochen hast, müsste man halt in einem weiteren Versuch versuchen zu vermeiden, um dann halt andere, also genauere Ergebnisse zu erzielen. Übrigens, ja auch noch ganz witzig, jetzt wo ich hier nochmal mehr durchlese, ist tatsächlich so, dass diese Fotos dann, also es ist eine normale Digitalkamera, ich weiß gar nicht, ob die Auflösung hier genannt wird, könnt ihr nochmal schauen, eine Nikon D850 ist die Kamera, die man benutzt hat. Und alle Fotos wurden dann komprimiert mit einem Programm, das wird auch beschrieben mit dem Adobe DNG Converter, auf eine Pixelgröße von 32 mal 32 Pixel heruntergerechnet. Auch das finde ich eine sehr interessante Information, weil man ja gar nicht dann genau weiß, dann müsste man noch sehr genau wissen, wie diese Adobe Converter aus einer viel größeren Pixelinformation 32 mal 32 Pixel macht. Also je länger man sich da einliest, macht es mal als Übung und schaut mal, was euch alles an dieser Studie auffällt. Aber es heißt ja nichts weiter, als dass auch Wissenschaftler dieses Thema spannend finden, sich damit beschäftigen und sagen, das würde ich mir gerne anschauen und damit sind wir bei dem Punkt, Menschen mögen Übersinnliches. Genau und Menschen mögen auch Filme, die sich über Übersinnliches, genau, haha, die sich um Übersinnliches drehen. Und du hast vorhin schon diese Kreisform angesprochen und das ist eigentlich eine super Überleitung zu Ringu, dem Original-Horrorfilm, der dann später The Ring inspiriert hat. Genau, also das Original ist von 98, The Ring ist dann von 2002. Und da geht es auch im Prinzip um Gedankenfotografie oder Gedanken, die sich auf einem Video offenbaren. Und ich glaube, nach der langen Zeit kann man jetzt sogar so ein bisschen spoilern, weil diese Kreisform, die ja so ganz prägnant für den Titel steht und auch auf den Filmplakaten zu sehen ist, sozusagen ein Bild ist, dass die Hauptfigur Samara sozusagen vor ihrem Tod vor Augen hat und was dann eben auf Video gebannt wurde per Gedankenkraft. Denn diese Hauptfigur ist in einem Brunnen schrecklich zu Tode gekommen und dieser Kreis, dieser Ring ist eben das, was sie gesehen hat. Also das Bild, der Blick aus dem Brunnen heraus. Und das zeigt auch, dass eben dieses Phänomen der Gedankenfotografie, ich finde die Filme übrigens, obwohl ich sie selber bis heute nicht gucken kann, weil ich da echt Panikattacken kriege, also ganz, ganz schlimm, aber vom künstlerischen Standpunkt her und vom filmerischen Standpunkt her sehr, sehr spannend, eben wenn da mit solchen Bildern gearbeitet wird. Und das sind sowieso Filme, mit denen man sich sehr, sehr gut beschäftigen kann und die sehr, sehr viel Ansatzpunkt sowohl für die Motive, die dahinter stecken, bilden, als auch für die künstlerische Umsetzung. Also die bieten jede Menge Futter für Horror-Fans und sind sicherlich empfehlenswert für Leute, die sich sowas angucken können. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht dazu gehöre, aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Das wird eher im Alter noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja, und was mir da gerade noch zu einfällt, ist eigentlich, dass da ja noch eher das Thema Optogramme nochmal hinzukommt. Die Optografie, nämlich das letzte Bild, was Menschen gesehen haben, was auf der Netzhaut dann gespeichert ist. Da gibt es tatsächlich so einige Hinweise darauf, dass man das unter bestimmten Umständen tatsächlich konservieren kann, das letzte Bild. Nicht gut und bei weitem nicht so wie ein Foto. Wenn das interessiert, der kann sich nochmal unsere Folge zum Thema Optografie anschauen. Das ist Folge 49, meine Herren, aus dem Jahr 2011. Da haben wir über Fringe auch schon gesprochen, weil das da vorkommt. So alt ist das alles schon. Genau, die Folge ist von der Serie Fringe inspiriert worden. Ja. Das erstmal zu dem Thema. Ja, Photography, haben wir was vergessen? Ich glaube, nee, wir haben soweit alles. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn wir was vergessen haben. Und einiges an Quelleninformationen werden wir euch natürlich, wie immer auf der Homepage dann unter diese Folge verlinken. Achso, und jetzt müssen wir aber erfahren, was mit dem Hollywood-Bub gewesen ist. Ja, Hollywood-Bub. Hollywood-Bub, habe ich gesagt. Auch schön. Ich finde das aber spannend. Ich will jetzt wissen, ob das stimmt oder nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Die Auflösung Die Geschichte mit Holly-Bub statt Hollywood stimmt tatsächlich. Also das Ganze hat sich abgespielt. Am 1. Februar 2021, da sind sechs Leute verhaftet worden, weil sie die entsprechenden Buchstaben des riesigen Hollywood-Schriftzugs in den Hügeln von Hollywood verhüllt haben. Also das W und das D und haben dann jeweils ein B draus gemacht. Und dann hatten wir halt Holly-Bub. Ja, darfst du anscheinend nicht machen, wirst du für verhaftet. Das ist nicht gut. Ja. Lustig ist es trotzdem. Ich hätte Stern und Bein gesprochen, dass das nicht stimmt, die Geschichte. Aber okay, man lernt ja nie aus. Damit sind wir am Ende der 272. Folge von Hoaxilla. Wir steuern auf die 300 zu. Es ist unglaublich. Und wir können an dieser Stelle wieder mal nur Danke sagen an euch da draußen für die Unterstützung. Wir haben unseren Instagram-Kanal verfolgt oder die anderen sozialen Kanäle, die wir so bespielen. Der wird sehen, dass wir in letzter Zeit immer mal wieder bergeweise Post aus unserem Büro rausschleppen können. Das ist unglaublich. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Wir haben also manchmal ein, zweimal im Monat Weihnachten. Aber es soll hier gar nicht darum gehen, dass wir hier auf den Materialismus verfallen, sondern all diese Päckchen sind immer mit lieben Worten versehen. Wir haben in den letzten Tagen auch häufiger mal wieder die Kunst des geschriebenen Briefes erfahren. Ihr habt uns so schöne Sachen geschrieben, die uns zutiefst bewegt haben. Wir haben einfach nicht die Zeit, darauf zu antworten. Wir wollen all denjenigen, die das getan haben, die jetzt diese Folge hören, aber sagen, dass wir das lesen, dass wir das sehr wohl wertschätzen, dass wir uns da auch sehr viel Zeit zunehmen und dass wir auch darüber sprechen, Alexa und dich, was ihr uns da mitteilt. Und im Grunde genommen, dass zwei Nerds wie wir in ein Mikro sprechen und jetzt auch noch die Kamera zwischendrin anmachen mit Herrn Krapweis und unseren Freunden vom Ferngespräch und dass wir damit euch helfen in einer schwierigen Zeit, in einer wahrscheinlich sogar historischen Zeit, die wir alle gemeinsam aktuell im Zeitraum 2020, 2021 durchleben, bedeutet uns ganz viel. Und insofern auch danke für all diejenigen, die uns einfach einen Brief, eine E-Mail, liebe Worte schicken. Vorschläge für Folgen trudeln ein, die zum Teil super gut sind. Das sammeln wir alles und ihr merkt 272 Folgen. Es gibt immer noch neue Themen, über die wir reden. Das freut uns sehr. Für alle, die uns weiterhin unterstützen wollen, können wir natürlich sagen, es gibt die Möglichkeit, auf unser Geschäftskonto uns einen kleinen Beitrag zu überweisen. Das machen auch sehr, sehr viele Menschen. Vielen Dank. Patreon ist natürlich immer eine Option und für all diejenigen, ich sage es nochmal, die so bei den großen Plattformen uns hören, so wie Spotify oder so, das könnt ihr gerne tun. Spotify ist aber eher so ein Laden, der zumindest uns, sage ich mal, überhaupt kein Geld gibt. Also wer glaubt, ich habe ja ein Spotify-Abo, da kriegen die schon was von ab. Wenn ich ganz viele Folgen höre, dem ist nicht so. Spotify ist sehr glücklich, dass wir da sind, weil sie dann ganz viel Inhalt von uns bekommen für umsonst. Und wir machen das, weil es für euch praktisch ist, aber tatsächlich bekommen wir da nichts von ab. Und auch viele Künstler, da gibt es jetzt einige Bewegungen, die ja sagen, ich weiß es gar nicht, mehrere tausend Streams bei Spotify würden für einen Musiker dazu führen, dass er sich eine Tasse Kaffee kaufen kann im Café. Also da sieht man ja auch, was so mit Wertigkeit ist. Deswegen ist es einfach unglaublich. Da ist ein Euro im Monat und das machen ja sehr viele von euch dankenswerterweise dir als Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto. Unglaublich toll. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Und da sagen wir danke. Und wir hoffen, dass wir euch mit diesen Folgen Unterhaltung bieten, Themen bieten. Und wir haben, glaube ich, inzwischen auch wieder einen ganz guten Rhythmus gefunden, klassische Huxilla-Themen zu finden, die wir überarbeiten können. Wir sind wirklich auch, weil wir euch haben, weil ihr uns so unterstützt, immer mit Freude dabei, auch in Zeiten, wo alles rundherum wirklich sehr, sehr wuselig ist, setzen wir uns, auch wenn eigentlich viel zu wenig Zeit ist, mit Freude für Folgen vors Mikro und haben da Spaß dran. Und ja, das seid ihr da draußen, die das möglich macht, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und deswegen auch noch von mir ein dickes, fettes Dankeschön. Ja, wir sind halt sowas wie eine Huxilla-Familie und das ist sehr besonders und wir wissen das zu schätzen. So, jetzt aber auch genug emotionalisiert. Wir hoffen, euch ganz bald wiederzuhören, idealerweise in wenigen Tagen. Und das Thema steht, Alexa hat es ja schon gesagt, schon fest, wir haben es auch schon im Kopf. Auch klassisch? Auch klassisch und ist auch kein Interview? Nein. Also es gab ja auch die Stimmen, die gesagt haben, ihr machten derzeit immer so viele Interview-Folgen. Nein, 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 wird auch schon eine klassische Huxilla-Folge. Aber demnächst dann wieder ein Interview, auf das ich mich aber auch sehr, sehr freue. Das dann aber wahrscheinlich eher im April. So, Feierabend für heute. Macht was Schönes, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ganz bald, irgendwann wird es passieren, dass wir auch wieder so Dinge wie Hörertreffen machen. Und wir werden, das sage ich jetzt zum wiederholten Male, den 10. Geburtstag von Huxilla mit einer großen Party nachfeiern, mit einer großen öffentlichen Sause. Und wenn es dann am 12. Geburtstag ist, ist mir auch wurscht, wir feiern. Das müssen wir mit euch noch begehen. Nur nicht am 13., das bringt Unglück. Ich mache jetzt mal lieber Schluss. Ja, besser ist das. Alles Gute für euch und natürlich, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.